Willkommen! Eine neue Ausgabe GTA 5 Und ähm Wo ist denn jetzt unser Auto? Ach, hier ist gar keiner drin Ich mutter mich als Ja, das ist ich! Ich brauche ein Auto Ne, ich bestelle mir ein Taxi, ich bin zu faul Ach, hier! Der Dr. Friedlander! Michael, ich habe nicht von Ihnen gehört Ich nehme an, Sie achten auf Ihre psychische Verfassung Aber ich mache mir Sorgen, eine Telefonsitzung? Warte mal, wenn ich jetzt anrufe Hallo, Dr. Isaiah Friedlander spricht Hey Doc, es ist mir Michael, wie bist du? Das ist gut, Doc. Nicht gut Wir haben viel Zeit über die Jahre diskutieren, wie die negativen Anfragen zu negativ denken, wie die negativ denken als die Registung wegen der verbundenen von Ihrer klassischen Selbstverteidung Die kaltige Hosee Die kaltige Hosee Die wunderschöne 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 Und die wunderschöne Die wunderschöne Ich bin ein Auto Wie geht's? Wenn du das so Ich bin, ich bin Angst, ich habe keine Hoffnung Ich habe keinen Wir machen schlechte Entscheidungen hier. Und andere Leute sind die Tab für das. Meine Familie hat mich verlassen. Aber sie werden sogar meine Telefonnummer machen. Aber... Aber ich habe diesen Mann gefunden, Solomon Richards. Du hast ihn gehört. Richards Majestic, und wir arbeiten zusammen. In den Filmen. Kannst du überhaupt glauben? Ich bin ein Filmenproducer. Ich bin froh, dass du Dinge aufhörst. Aber du musst nicht auf Validation aus dir selbst. Validation ist nicht ein Label. Es kommt von within. Any other personal. Ich bin ein guter Mann, Doc. Ich bin ein guter Mann, Doc. Man, die Dinge einfach... All of a sudden werden auf dem Kopf und richtig auf dem Kopf. Und dann verlieren ich meine Scheiße. Und dann fühle ich Leute. Und dann fühle ich schlecht über das. Ich bin ein verdammt. Remorst ist gut. Aber nicht so gut als die Kontrolle. Rout. Das ist ein Teil von mir, Doc. Ich kann nicht so gut sein. Was für deine Probleme? Was für deine Sexualität? Was für deine Probleme? Ich bin ein guter Mann in diesem Bereich. Ich mache wirkliche Progresse, Doc. Ja. Ich mache wirkliche Progresse, Doc. Progresse, Michael. Du hast endlich aufhörst. Great. Ever since I pulled that fucking house off that fucking hill. My fucking life has been fucking fucked. You know. Therapy can really help you. Which is why you should be really pleased with what you're doing. But I'm gonna have to stop you there. Oh, and there is one thing. Phone sessions are a little more expensive. Obviously. Obviously. But so fulfilling. Let's speak again soon. What? 1500 Dollar. Ah, ja. Dann gehe ich doch demnächst die Sitzung persönlich. Nicht wahr? Mh. So. Damit es jetzt ein bisschen schneller geht. Ähm. Letztes Mal. Ähm. Ne. Was will ich denn? Eben an der Ampel. Da bin ich glaube ich falsch rüber gegangen. Weil ich wollte nicht umgefahren werden. Ähm. Ich wollte nicht umgefahren werden. Während ich ähm. Telefoniere. Und das wäre nicht so schön gewesen. Dass ich dann vom LKW überrollt werde. Und da bin ich halt über die Ampel gelaufen. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube ich bin falsch rüber gegangen. Weil die Ampeln waren grün. So. Ich laufe rüber, laufe rüber, laufe rüber. So wie die. Okay. Okay. Wir haben rot. Ja. Aber. Jetzt dürfen die eigentlich erst laufen. Jetzt dürfen die eigentlich laufen. Weil das Walk. Ähm. Zeichen an ist. Und die sind aber gerade über rot rüber gelaufen. Und ich. Bin auch. Über rot vorhin rüber gelaufen. Also das war auch nicht richtig. Obwohl der grüne Punkt da oben grün war. Also das grüne Licht. Aber ähm. Ding. Ähm. Das grün. Also grün. Grün war es. Deswegen bin ich da rüber gelaufen. Aber als ich drüben war. War es zwar noch grün. Aber die Hand war rot. Ähm. Deswegen weiß ich jetzt nicht ob. Na ja. Ist ja wurscht. Ich bin in die Halle rüber gekommen. Und es wäre ziemlich lustig gewesen. Wenn ich angefahren worden wäre. So. Oh. Ist ja ein. Ich bin in die Sonora Freie. So. Manageable. Hey. You two get going. Ooh. Let's go Tee. Dogg. Ich weiß nicht ob diese Scheisse ist für mich. Mein Leben ist bereits weg. Die Scheisse aus dem Kontrollen. All right. Look. Ich bin Darwinist. All right. Some prosper. And some struggle. Now. Are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now. Are you gonna do this? Or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah. I guess we will homey. So. Jetzt hört ihr mich. Ich hab vergessen das Ding anzumachen. Ähm. Ja. Wir müssen zur Tankstelle. Und ja. Müssen wir bestimmt unser Auto nochmal voll tanken. Damit wir auf die gran zweite Reise gehen. In den hohen Norden. Süden, Westen oder Osten. Wir fahren jetzt nicht die ganze Zeit rum 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 rum. Hier gibt's eine Abkürzung. Nein. Mal da. So. Jetzt sind wir richtig. Wäre ich eins weiter rechts gefahren? Dann wäre ich jetzt unten im Kanal hier. Dann wird's noch länger dauern bis ich hier oben wieder bin. So. Wir haben das schnellste Auto. Hier hoch? Ja. Nein. Nein. Scheiß Radio da. Das wäre besser wenn man das allgemein ausstellen könnte. Aber. Ich muss halt vorher immer gut ausstellen. Oder rechtzeitig. Manchmal fällt mir das ehrlich gesagt gar nicht auf. Ich hör zwar Musik aber ich registriere das nicht. So. Wer ruft an? Der Michael. Hey. Ich bin näher mit diesen Jungs. Ihr habt euch alle in die Hand. Ja. Ich glaube. Wir sehen uns ziemlich verrückt. Ha. Ha. Alright man. Look. I'll see you soon. I'll pick you up coming through Grapeceat. Get the drivers there. And get them going at speed. So. Sind wir auch gleich da. Und mal gucken was uns erwartet. Ja. Wartet. Fahre ich richtig? Ja. Das ist immer. Oh. Ja. Hinkommen. Maul aufmachen. Und dann mal gucken was passiert. So. Ich tue die aufscheuchen. Wir müssen glaube ich gar nicht gewinnen. Das ist gar kein Rennen jetzt. Ähm. Rennen halt. Wir müssen nur die auf Trab halten. Glaub ich. also nicht. Lass die Ahnung denn da denken welche. Lass die da sein. Aber das ist halt geprägt spice. jaja. Oh Mann verpiss dich. Oh, ich will jetzt nicht die Mission nochmal machen. Zum Glück kam da kein Fasten. Dann hätte ich mich überschlagen hier. Tuttle Racer. Noin, Hilfe! Ah, ist das spannend hier. Ehrlich? Ich hab den überholt. Warum? Ähm. Ich sag, die fahren allgemein immer schneller. Deswegen. Den hab ich auch gleich. Hey, wir kommen ab jetzt, Mann. Beide in ein paar Sekunden. Whatever. Hier sie kommen. Mit der Vollballt hier. Bleibt stehen. Im Namen des Gesetzes. Ihr könnt euch einen Anwalt nehmen, wenn ihr es leisten könnt. Wenn ihr es euch leisten könnt. Bleibt sofort stehen, ihr Bannausen. Hier sprecht die Polizei. Da unten ist Trevor. Hier ist der Michael. Und der Franklin ist da vorne in dem roten Wagen. Uiuiui. Sie hat beinahe gerammt. Ich bin auf dem. Hier rüber und das passt doch gut. Bleib mit ihm. Ja. Ich glaube, es passiert gleich ein Unfall oder sowas. Aber da war das knapp hier. Bann dann wäre Trevor erfasst worden. Dann fliegst du schon ein paar Meter. So, gleich haben wir sie. Ne, das ist Franklin. Ja, ja. Ähm. Und jetzt geht's hier in den Wald hinein. Na, Mist. Ja, wir haben sie gleich. Dauert jetzt keine Frage mehr, der Zeit. Ja, ja. Es sieht aus, als ob sie runtergehen. Gut. Mein Arsch ist tot. Ich bin in der Hölle. Jetzt. Oh, Franklin haben wir überholt. So, ich hab auch... Ne, doch. Ah, toll. Oh, hey. Stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Ja, fuck you, too. You know how fast you were going? See, I don't know, officer. I, uh, try to keep it under the limit. Well, you and your boys looked like you were drag racing from where we are sitting there. So, uh, why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. 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 Is this entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey. Hey, hey, hey. What are you doing, fucking car? Alright, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick. And you, you little shit. Get the fuck out of here. Go on. So klaut man die Wagen. Ja. Hehehe. Uiuiuiui. Man, I'm sick of driving, so slow stay in with these fools. Can we have a real race? Wie zurückfahren sollen. You type a good game. Okay. Just don't scratch the cars. I don't want to. I want to drive with Michael and done. So, let's go ahead and show some weird number. Speak. Ah, the lady from before. Devins assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, senior vice president general counsel to Mr. Westons holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you are very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring the Dehays Auto on Little Big Hornet South Losantos. Mr. Weston and I will meet you there. Hey, just smoke the Dehays Auto on Little Big Hornet South Losantos. Molly. I'll be waiting for you. I'll be waiting for you. I'll be waiting for you, you idiots, to show up. For that Verbrechen, that we've just begun. I'll be waiting for you now. Hey Frank, what did I tell you, bro? These cars. Haha, this is an opportunity. Have you say so? You know what, right before I meant to, I was boosting Risen racing them. It feels like you come full circle to me. Come on. Haha, I'm serious. If you hadn't gotten me fired from my reproach. So, vorbei am Waffenladen. Oh je, wir haben noch 5 Kilometer zu fahren. So, was könnten wir denn hier doch so beschwätzen? Ähm, ja, das Relay ist schön. Die Sonne scheint. The Penner fährt zu langsam. Ah ja. Boah, du Bastards. Das sieht auch schon scheiße aus. Miep, miep. So, 3 Kilometer noch. Ah, scheiße. Miep, miep. Oh, siehst du. Ey, was, ein Penner. Viel zu spät ist da rüber gewechselt, ey. Zum Glück haben wir kein Zeitlimits. Hey, ich versuche einfach, was für Frank ist. Du weißt, helft ihm das beste von den Chancen, die er hat gegeben. Hey, wenn es um die Mädchen geht, habe ich sie erst gesehen. Nicht zu schrecklich, okay? Sie ist eine professionelle Frau, die einen Job macht. Du bleibst es an das. Kein sexuellen Verabschiedung in der Arbeitsplatz, Tee. So, hier hoch und geradeaus wieder runter. Ja, genau. Da kann ich nämlich das ganze Schnorrax wieder hochfahren. Das brauchen wir, wollen wir nicht. Das dauert nämlich alles länger dann. Ach so, ich bin als erstes da, da kommen wahrscheinlich einer von den anderen zwei. Können wir hier auf der Karte nachgucken. So, gleich sind wir wirklich da. Aber hier sind gute Ergebnisse. Ach, hier, Junge. Ja, genau. Na ja, mein Wagen sieht scheiße aus. Trader fällt beinahe gegen die Wand. Ist doch egal. Low five. Weil die Hand ohne war, deswegen low five. Die Hand ohne war, das war für fünf Autos. Wenn ich nicht falsch bin, das sind nur zwei. Nur gib mir das fucking Geld jetzt! Oh, ich bin so Angst, ich wirklich, wirklich bin. Aber du weißt, ich bin ein Paymenter für die Arbeit, ein Typ einer Arbeit. Du magst den Job? Geh mal, Mann. Okay. Geh mal, Mann. Geh mal, Mann. Geh mal, Mann. Ja, ich bin so Angst, dass die Hand ohne war. Ja, ich bin so Angst, dass die Hand ohne war. Ja, ich bin so Angst, dass die Hand ohne war. Aber du weißt, was? Leben ist nur ein langer Gehmer. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael. I'll be in touch with your friend, Solomon. Alright, good. Ähm, den Anführern nach, ne, Missionenzeit 40,50. Aber das sind gute Ergebnisse. Ich glaub, bei der Plastik 3 war ich gar nicht so gut mit den Prozentzahlen jetzt her. So, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, ne? Und dann bis zum nächsten Mal, liebes Publikum da draußen. So. Bis dahin. Ciao.